Ich mach mal ein Smiley im... Hey, Willkommen zu einer neuen GTA-Online-Folge. Heute ist wieder Tyras mit am Start. Ja, ich bin mit dem Kaffee. Ich wage es jetzt nicht, ihn anzuvisieren, weil eben habe ich Ärger gekriegt, weil ich jemanden anvisiert habe. Und ich würde mal sagen, wir starten am besten ganz schnell das Deathmatch, damit wir hier von dem Lärm wegkommen. Klingt gut. Ach toll, siehst du mein Smiley nicht? Ich habe extra für dich gemacht. Ja, wunderschön. Hast du wunderschön gemacht. Den O'Neal-Smiley. O'Neal-Smiley. Ja, alle aus aktueller Sitzung. Guck mal, ich bin ja schon 104. Gar nicht mitgekriegt. So, jetzt mache ich aber hier offen. Crewmitglieder, kommt alle rein. Und Spiele mit ähnlichen Fähigkeiten, kommt alle rein. Ja, O'Neal, kannst du mal Tageszeit auf Mittag machen? Aber ich finde hier Wettereffekte sind gar nicht mehr so schön. Und äh, fand ich hier GTA weiß die oder so, GTA 3 war das irgendwie noch beeindruckender. Also bei 4 war das sehr schön, muss ich sagen. Hallo? Bei der 4 war das äh... Oh ne, hör auf hier rum zu... schreien. Achso, äh, machst du noch Waffen? Weil du hast feste Plus aufnehmbar. Das wollen wir ja nicht. Wieso habe ich feste Plus aufnehmbar? Jetzt, jetzt stimmt's. Bambus Queen. Ja, aber so nah muss erst mal kommen, ne? Also wenn mich hier irgendein Sprachchat stört, muss ich hier auf melden gehen, ne? Und dann hier Sprachchat, Doppelpunkt nervt mich. Hm. Quatsch, ey. Und das kriegt dann Rockstar irgendwie mit. Und äh, denkt sich hier, der labert nur irgendwelche Scheiße. Obwohl der ja für mich ja trotzdem irgendwelche Scheiße labert. Obwohl, er ist Onsk. Wieso? Okay, er ist in meiner Crew. Cool. Seh ich jetzt erst. Ne? Alles ist geil. Ja. Kannst du reden? Okay, ich halte jetzt meinen Schnauzen. Okay, ich halte jetzt meinen Schnauzen. Okay, ich halte jetzt meinen Schnauzen. Was ich Scheiße fand beim ersten Versuch hier, wo ich gesagt habe, ihr könnt mitzocken. Wer will mitzocken? Schreibt mir bitte eine Nachricht. Und äh, was schreiben die? Die schreiben einen Kommentar unter das Video. Ja. Das wird schon mal aussortiert, ne? Ja, vor allem da schreibt jeder irgendwelchen Müll, ne? Wenn ihr mitzocken wollt, Skype-Name und PSN-ID. Verschreiben die. Meine PSN-ID ist, bitte edit mich. Wenn ihr einfach nur mitzocken wollt, geht auch über die Crew. Wer in der Crew ist, bekommt bei Deathmatches oder anderen Aktivitäten, bei denen wir Verstecken brauchen. Wie zum Beispiel Capture oder so, was wir vielleicht auch irgendwann nochmal zocken werden. Könnt ihr da gerne mitmachen, ohne dass ihr da mit reinlabert. Wenn ihr keinen Skype habt. Ah, ich wollte schon ins Auto einsteigen jetzt. Was geht denn hier schon wieder hoch? Ja, das bin ich. Ich sorge da mal für. Ich püsch mich mal von der anderen Seite ran. Ja, mach das. Ja, genau. Hinter dem Auto wollte ich jetzt nicht mehr stehen. Und jetzt weiß ich auch warum. Weil hier ne Menge Idioten mit Raketenwerfer rumspielen. Na, kommt der oder kommt der? Der bleibt dann noch stehen. Tja, dein Pech. Ja, du hast zuerst jemanden erledigt. Wunderbar. Hast du gut gemacht. So fängt's an. Auf dich kann ich mich wenigstens verlassen. Starkes Spiel. Ist der stärkste Spieler. Jawoll, du bist der stärkste Spieler. Was sagst du dazu? Ich mein, ich hab erst zwei Kills gemacht in der Stadt. Belohnenswert hier. Ach, der ist da oben, ne? Warte mal. Der ist, ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. War das der, den ich jetzt abgeschossen habe? Ja, den wollte ich. Aber der war irgendwie hinter der... Ja, sorry. Ich wollte nicht auf dich warten. Ich wollte auch endlich mal wieder ein Bein machen, weißt du? Ja, ja. Das passt schon. Ich möchte meinen, die kommen jetzt hier hoch? Hier, oder? Ich möchte ja nicht, dass du hier die ganze Arbeit machst und dann über mich herfällst. Hier, ich mach die ganze Arbeit und du machst hier gar nichts. Hahaha. Ja toll, ich bin gestorben. Genau das habe ich befürchtet. Warum rennt der jetzt weg? Weil er ein Feigling ist. So, Bambus Queen ist weg. Oh nein, du hast die Bambus Queen getötet. Du das nicht. Gibt's hier auch nen Bambus King? Oh nein, schon wieder ein. Ja, und, und, und mein Hund, der rollt sich da weg. Und ich hab dann keine Chance mehr. Und es steht jetzt 6 zu was? 6 zu 2. 6 zu 2. 6 zu 2, ja. Naja, einer geht auf mich. Ja, jetzt gehen zwei auf mich. Gut, mach weiter so. Hahaha. Ich bin weltweit im sterben. Ach, was meinst du, wer stirbt am Ende mehr? Ich oder du? Ich glaube, der Verlierer. So. Ja, es war ja klar, dass der da wieder... Ha, meine Rakete hat auch noch jemanden getötet. Ich hol mir den mal. Diesmal habe ich Raketenwerfer eingesetzt und der ist nicht gegen irgendeine Wand gedonnert. Ah, toll, das bist du, alles klar. Warte mal, deck mal die andere Seite ab. Sonst, oder bleib du hier, dann geh ich hoch. Ne, was denn jetzt? Okay, sehr gut. Du musst dich schon mal entscheiden. Ja, so ein bisschen Info. Nein, 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 schon wieder der, Alter, nein. Ah, der Lonely Man. Oh, Alter, sag mal, wie schnell killt der einen? Der macht eine Rolle, hat dich sofort im Visier und du bist tot. Das ist Können. Können, meinst du? Ja, und warum stehe ich jetzt hier so ekelhaft? Hä? Alter, ich würde mal sagen, das ist ein Cheater. Aber ganz klar. Was hat denn der für ein Level? Der Lonely? Der hat... 129. 129, ja. Na ja, schon. Na guck mal, wir sind jetzt zu zweit und müssen gegen drei. Ja, das stimmt schon. Äh, irgendwie kenn ich die Spawnpunkte hier gar nicht mehr. Ich weiß nicht, die wirken irgendwie sehr fremd. Hm. Hängen die da oben beim Haus? Ja, da hängt einer. Da hängt einer. Der hat sich aufgehangen, der wollte nicht mehr, weißt du. Ey, wie schieft denn der durch den Container, mein Lieber? Also wirklich mal... Cheater? Der Lonely Man, also, äh, ja. Okay, ich habe den Lonely Man gerade abgeschossen. Und einen anderen habe ich auch noch abgeschossen gerade. Das ist schon extrem unfair, muss ich sagen. Im Moment. Auf so einen kleinen Raum, ja. Okay, hier über die Ecke komme ich nicht. Scheiße! Ich will nicht schwimmen, verdammt. Warum habe ich jetzt ein Messer in der Hand? Jetzt habe ich eine Kill-Serie. Oh Gott, das will die wohl schon nicht, oder? Ja. Ja, den kriegst du, den... Nee, den... Hab ich nicht. Na, jetzt haben wir... ...einen Punkt vor... ...Sprung. Ey, sag mal, wie geht das denn, ey? Der trifft mich von unten nach oben, aber ich ihm von oben nach unten nicht. Das... hä? Siehste, merkst du jetzt auch langsam, dass der ein bisschen cheatet? Ich bin da ein bisschen irritiert. Weiß ich nicht wie, aber ich bin grad irritiert, also... Hörst du mal auf mit deiner scheiß Pumpe, äh, mit deiner scheiß Minigun? Boah! Alter! Jedes Mal, wenn ich hier in Deckung bin, komme ich nicht mehr weg, bevor die mich abschießen. Obwohl ich genau weiß, dass der von vorne jetzt kommt. Der Junge regt mich ein bisschen auf, muss ich sagen. Ja? Ja. Merkst du, dass das jetzt irgendwie nicht ganz so legal sein kann? Ich versuch's zu verbringen. Jawoll, mit Raketenwerfer! Das ist doch gut. Und den hast du auch noch. Ha, ich bin gleich tot, verdammt! Ich hab vielleicht noch so zwei, drei Prozent gehabt. Alter! Oh, jawoll, endlich! Der hat's aber auch echt nicht anders verdient. Ich brauch mal wieder ne Weste. Ich hab die Bambus Queen schon wieder umgenätet. Du weißt ja, Bambuswechsel ganz schnell nach, ne? Also... Ja, es dauert nur so ein paar Stunden, bis man da sieht, dass es gewachsen ist, ne? Ja. War ja mal früher, äh, Foltermittel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ne. Ey, das ist unfassbar, der Typ, das ist unfassbar. Also... Hm. Ne, war ein Foltermittel. Ich weiß nicht genau, ob's in Vietnam war oder so. Da haben sie, ähm... Typen auf ne Bank gelegt. Na, es war eher so ne Luftbank. Und unten drunter haben sie Bambus angebaut. Ne, die haben sie dann schön spitz gemacht. Aha! Und... Dann hat sich das so langsam durch die Haut... Los, schieß! Oh, geht doch. Okay, ja? Na ja, dann hat sich das so langsam durch die Haut gebohrt. Echt? Und dann ist er elendig verblutet. Also es war schon echt heftig. Krass. Ey, der... Das gibt's nicht, Mann! Das gibt es nicht! Oh, ich mach hier einen Kill nach dem anderen. Oh, ich muss mir mit dem beschäftigen hier. Sag mal! Kann schon nicht mehr legal sein, ne? Der ist schon echt... Ach, da ist einer im Bagger! Großes Glück, was der hat. Jawoll! Ich hab mich auch noch selbst umgebracht mit dem Scheiß hier. Aber ich hab ihn gekillt. Das ist mir wert gewesen. So, Lonely Man. Na, guck mal, was wir schon wieder von Vorteil herangeholt haben. Ja, es läuft. Es läuft gut. Guck mal, wir sind hier zu zweit gegen drei. Das soll mal was heißen, ne? Mhm. Also mit dir kann man echt bezocken, finde ich. Klar, das passt schon hier. Haha, der mit dem Scheiß-Raketenwerfer schießt auch noch daneben. Jetzt sind sie beide bei dir, ne? Ja, die Lonely auch noch super. Jetzt hab ich Auszeichnung volles Rohr. Gold! Und ich wurde wieder abgeschossen. Der ist so dämlich da unten. Der ist nur am Rollen, der Typ, echt. Ey, und der rollt und schießt zweimal auf mich und ey, ich bin hin. Also, das ist unfassbar. Entweder zieht der da so gut nach oben, dass er dann direkt auf den Kopf geht. Ne, so gut geht das nicht. Oder ich weiß es nicht. Also, das ist schon... Du machst dir auch langsam Gedanken, ob der hier legal spielt, ne? Ja, auf jeden Fall hab ich ihn wieder. Ja. Oh, hier! Vor mir, vor mir! Alles klar weg! Boah! Oh Gott, ich wollte gerade... Das war der Bambus, der so schnell nachwächst hier. Der so schnell nachwächst, genau. Hier fährt irgendjemand mit nem... Mit nem... Motorrad. Draußen rum. Ja. Ähm... Würdest du mal die andere Seite abdecken, sonst... Ja, ich steck die andere Seite ab. Ok, pass auf, dass die da nicht rechts über den Zaun kommt. Jo, da ist gerade einer über den Zaun gekommen. Hab ich. Genau, den meinte ich. Na, guck mal. Wir haben jetzt schon... 10. Mhm. Im Vorteil. Lass die mal kommen, die müssen eh ein bisschen punkten. Da unten kommt einer. Das war der Lonely Man. Jo, ich hab Bambus wieder. Da war der nachgewässene Bambus wieder. Ey, das ist doch eigentlich mal ne wunderbare Position hier zum Campen, ne? Ja. Die können hier nur von zwei Seiten kommen. Eben. Und... Und... Ja. Ja. Ich seh jetzt mal... Da kommt einer jetzt rüber. Ja, der ist schon wieder gleich da oben. Oh, da sind sogar zwei... Ja, ok. Das könnte natürlich heikel werden mit den Granaten. Aber... Ja, Jungs. Der ist wieder abgelöst. Aber einer ist hier wahrscheinlich noch. Ja, der ist hier auf dem Gebiet hier oben. Definitiv. Da... Aber hier irgendwo... In der Nähe der Hecke muss ich glaube ich auch noch irgendwo einer sein. Hier ist noch einer. Ja, pass auf hinter dir. Ah, scheiße ich... Ja. Warum hat sich die Kamera gerade nicht gedreht? Ah, der rollt sich so ganz ekelhaft. Ja. Na gut. Hätte er nicht sein sollen. Doch ich finde wir sind bis jetzt ganz gut. Ja, machen wir. Ach, nein! Ich habe gerade vielleicht eins, zwei Kugeln auf ihn abfallen können. Und noch nicht mal richtig hochziehen. Ok, jetzt bin ich schon wieder hier. Scheiße. Oh, deine Tamsticks, alter! Dann ist dich so, ich habe auch manchmal. Ja. Ja. Alter! Ist der jetzt direkt neben mir gespawnt oder was? Der stand direkt neben mir. Ich konnte mich jetzt nicht mehr von Dings hier wegbewegen. Jetzt habe ich Niederlagenserie. Warum fährt denn der mit dem Motorrad hier rum? Also, das ist mir auch nicht ganz koscher. Hier ist einer bei mir an der Hecke. Aber den ist der Lonely Man. Der hier ein bisschen mit Granaten spielt. Ein bisschen mit Granaten spielt, genau. Geht dann nach vorne zu dir. Mal sehen, ob ich den hier kriege. Nein! Alter, womit hat der geschossen? Der hat nur einen Schuss abgefeuert und ich lag schon wieder. Ja, der Typ ist echt krass. Also, ja, 10, 5. Wenn der ab und zu mal einen einfach so mit einem Schuss trifft, dann... Ja, aber jedes Mal, das kann nicht legal sein. Was ist eigentlich mit Bambus? Wächst der nicht mehr nach hier oder was ist los? Äh, der ist doch gerade gestorben. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Da ist jetzt hinter mir wieder der Lonely Man da. Ich habe zwei weggeschossen und einer hat mich dann... Nur zwei Kills und einen Tod kann ich noch vertreten. Ich gehe mal rum wieder. Okay, das ist jetzt nicht mehr. Ja, deswegen laufe ich da mal rum. Ich bin von hinten ran pirschen. Wir haben noch fünf Minuten. Wir müssen den Punktestand halten oder noch ein bisschen rausholen. Ja, wir können ja mal wegfahren. Wir sind gerade keine fahrbaren Autos mehr da. Na doch, da vorne ist der Krankenwagen. Musst du nicht irgendwo hin, sag mal. Was ist das? Kleines Krankenwass, weißt du? Alter! Warum? Ich habe doch direkt seinen Schädel anvisiert. Jetzt habe ich aber wirklich seinen Schädel anvisiert. Oh, wo bin ich denn jetzt? Scheiße. Der Lonely, der ist nur am Rollen. Der ist echt nur. Die ganze Zeit, der bewegt sich nur Rollen. Habe ich den? Habe ich den? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Warum kann ich nicht durch den Zaun schießen? Doch. Jawoll. Surprise. Ich habe zwei angeschossen. Auf jeden Fall. Der hat sich aber irgendwie in Deckung gerollt und trotzdem hat er mich umgeschossen. Wie auch immer das gehen sollte. So, Bambus darf man wieder nachwachsen. Alter, das ist widerlich. Das ist widerlich! Habe ich schon wieder Bambus getötet? Alter, ich krieg hier nur noch Bambus ab. Ja. Das wächst aber auch, ne? Alter, ich kann mich nicht drehen. Ja, zwei, ne? Wollen wir zwei bei dir? Ey, die spawnen hier... Direkt, ich kann mich noch nicht mehr drehen. Die schießen mich direkt ab. Sag mal. Das ist doch schon hier Mobbing oder so. Auf seine Rate bin ich ja mal gespannt. Was? Auf seine Rate. Also eine Kill Rate. Oh je. Der arme Kerl. Ich würde gerne mal hier einen Kill Lock oder so von ihm sehen. Getötet von O'Neill. Der klettert einer über den Zaun bei mir. Ach guck mal. Gerade mal, wen ich abgeschossen habe. Ja, ja. Ach der arme Kerl, Mensch. Echt mal. Tut einem leid, ne? Ja. Oh. Okay. Aber hier, wenn ich abgeschossen werde, lese ich hier fast immer hier... Lonely. Lonely Man. 2, 5, 8. Oh, ich sponne hier sogar direkt auf dem Haus. Ist ja mal krass. Mensch, Bambus hat mich mal gekriegt. Alter. Ja, Bambus habe ich auch schon wieder gekriegt. Boah, 45, 30, also das ist ja schon hardcore. 122 werden es leider nicht, ne? Nee, aber wenn man die zusammenrechnet, dann kommt das gut hin. Lonely wieder, jawoll. Den habe ich ja gefressen. Oh, Bambus. Hat mich auch gekriegt. Ich auch, ja. Sehr geil. Das ist auf jeden Fall mal eine Runde, die es sich lohnt hochzuladen. Auf jeden Fall, würde ich gerade sagen, ne? Neuer Rekord hier in Sachen Kills. Ah, klar! Ist das jetzt hier Ketten abschießen oder was? Ich schieße einen ab, der schießt mich ab und... Und ich wieder einen, ja. Geiles Hin und Her hier. Und Lonely rennt mir schon wieder in die Flinte. Ah, ist das nett. Ach, du bist so nett, Lonely. Jetzt kommt Bambus auch noch, komm in meine Flinte. Ne, der läuft wieder zurück. Der kommt wahrscheinlich zu mir jetzt. Den Arsch voll. Oh, das wäre nix. Boah, 52, 33, alter. Oh, werden mich jetzt abgeschossen. Oh, schon wieder. Lonely man. Ja, die stehen bei mir hier. Schon echt komisch. Habe ich ihn? Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Jawohl, war ne schöne Runde. Oh, Gewinner! Jawohl! Die beste Deathmatch-Runde ever bis jetzt. Ey, komm, wir waren zwei gegen drei und wir haben trotzdem noch gewonnen. Ja. Das soll was heißen. Jetzt mal gucken, wer hatten die meisten Kills gemacht? Ja, warum hast du ihn jetzt mehr als ich? Das gibt's doch gar nicht. Echt nicht? 29. Na. Haha. Aber dafür hast du weniger Tode. Aber bloß weniger Tode, genau. Ich würde sagen. Ja, war doch ganz in Ordnung, Mensch. Auf jeden Fall. Und ich habe sogar noch mehr Kills als Lonely man gemacht. Und deswegen Daumen nach unten, ne? Haha. Haha. Aber hier, 20 Tode. Hier hat Bambus gehabt, ne? Freier Modus. Okay. 20 Tode. Davon habe ich mindestens die Hälfte gemacht. Oder? Wie oft hast du Bambus getötet? Oh, ich weiß nicht. Es waren glaube ich acht, neun Mal. Mit Sicherheit. Der lief ja zum Ende hin nur noch in meine Flinte. Also... Alles Kanonenfutter außer Lonely man, der hat sich ein bisschen verteidigt. Ich brauche wirklich nicht. Okay, dann... War wirklich ne tolle Runde, hat sich gelohnt. Und... Belassen wir es erstmal dabei, nicht dass wir jetzt das Spiel anfangen und dann total versagen und dann... Ja, Video war doch scheiße, weil ihr am zweiten Spiel versagt habt. Ich glaube das läuft heute relativ gut, ne? Also das dritte Deathmatch mit drei Gewinnen, also das ist schon... Das spricht schon für sich, ne? Oh. Aber ja, klar. Mal schauen, ob wir jetzt vielleicht noch irgendwas machen. Mal schauen, was wir am Wort machen. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Mal schauen, was wir da machen. Wahrscheinlich wieder ein Deathmatch, lief doch gerade ganz gut. Oder vielleicht kannst du dir auch was anderes vorschlagen, wenn du Bock auf was anderes hast. Ja, ich würde ja gerne mal, ähm... Ja, weiß ich nicht, vielleicht so ein paar Quick-Dinger machen, wie Fallschirmspringen oder... Ja, könnte man auch gerne mal machen. Ja, Widernova mag das ja nicht so, deshalb haben wir das auch gar nicht... Oder... Ja, haben wir noch gar nicht gemacht, oder? Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, weil gemacht haben wir es mal, auch wenn es nur gezwungen war. Na gut, wir werden sehen, was wir als nächstes machen. Also bis zum nächsten Mal, Lin. Jo.